ok der erste versuch war extrem on point aber leider habe ich vergessen die audio aufzunehmen so hallo freunde ich war letztens mein friseur ich habe gesagt einmal seiten und oberlippen auf null und ja ich war ich habe in der quarantäne die zeit bis kind genutzt um so bisschen die styles von anderen artists zu exploren und so und habe gedacht komm ich würde das gerne mit euch teilen was ich da so gezaubert habe sie will Yves Saint Laurent doch ich geh mit ihr höchstens in C und A Shop Nutte komm mir bitte nicht mit Hotelreservierung weil ich krieg dich auch draußen bei nullkrautgefrierpunkt in mein Arsch hinter spritzen heißt Dr.Mund mexikanischer Pass wegen Stammgast Acapulco suche nach Frauen mit Komplex minderwerten kein Fahrlehrer aber kennen mich aus gut verkehr zu besuchen Hamburgs Jedi schreib auf Insta ein paar Mädels an Ari nehm ich Gadi fahr mit Taxi bis zur Reeperbahn kannst du Crew als Dick of Teddler Promo gib bei Mediamarkt ey mir geht es gut ich ruf meinen Hela an er sagt Gadi hast du das hier schon gehört ich hab neue Adidas die Farben sind gestört Latschen und ne schwarze Trainingsjacke Fireburn oder für dich 20 Tacken mit Rabatt wie es sich gehört ich und meine Boons Trainingsjacke Puma Heimatstadt die Westen hat nen Dom und liegt am Ufer ey nenn mich ja nicht Bruder ey nenn mich ja nicht Bruder Juno hör mal zu ich trinke die ganze Ich hab einen Teil hast du Hunger ruf mich an Ich hab einen Teil, hast du Hunger, komm vorbei Ich hab einen Teil, hast du Hunger, ruf mich an Ich hab einen Teil, ich fühl mich wunderbar Sie ruf mich an, ich geh heran Ihr Telefon ist Nokia Ich hab keine Zeit, 2, 2, 0 Ich hab keine Zeit, 2, 0